Das ist meine persönliche Einstellung. Wir haben auch Kämpfer-Tippen. Wir haben eine zwei Hesse geholt, die auch noch ein bisschen mehr Kampf in unser Leben, in unsere Spiele bringen. Und wenn man analysiert, unsere Leute sind keine großen Leute, sind keine unbeweglichen Leute. Und wenn die nicht noch kämpfen, dann haben wir auch schlechte Karten. Und ich möchte nicht, dass meine Mannschaft weniger kämpft als Gegner. Und das haben wir auch gut gemacht, hier 70, 80 Prozent von der Zeit. Und das habe ich vermisst, auch die letzten paar Spiele. Aber ich hoffe schon, Wochenende wird auch dann besser.